So Freunde, ihr habt es ja ahnt, es ist Freitag, es kommen Gurpies. Und die, die so ein bisschen versuchen, das Konzept zu erahnen, wie ein paar Leute bei mir auch und Jim, die wissen, was heute kommt. Die Super-Gurpie. Das heißt, wir machen Gurpies mit Doppel-Liegestütz und Doppel-Hocke. Okay? Das bedeutet, Fersen bleiben unten. Ja, wisst ihr Bescheid? Der Fersen bleiben nicht unten, wo es mehr ging. Also runter, meine ich, in den Gurpies, abhocken, anhocken, abhocken, habt ihr die Doppel-Hocke weg, dann zwei Liegestütze, abhocken und hoch. Ja, also nochmal, in Gurpies, Doppel-Hocke, Doppel-Liegestütze, anhocken und hoch. Und hier beginnt ihr mit zehn Gurpies, macht dann 30 Sekunden bis eine Minute Pause, je nach Niveau. Macht dann neu, wieder die Pause einbauen, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, bis runter. Also das sollten auch die Einsteiger schaffen. Und dann können die Cracks wieder hochgehen. Wieder, zwei, drei, vier, fünf, wieder bis zehn. Und wer richtig lange Weile hat am Freitag, der macht so viele Pyramiden bzw. Dellen, wie er Bock hat. Okay, hoch frei, bis gleich.